Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Unterhaus in Mainz. Seit 1972 wird hier jedes Jahr der Oscar unter den deutschen Kleinkunstpreisen verliehen. Der deutsche Kleinkunstpreis in drei Spachten, Kabarett, Kleinkunst und Chanson, Lied, Musik. Es ist mir eine große Ehre, die Preise verleihen zu dürfen. Und wenn ich mir die Preisträger angucke dieses Jahr, ist es auch ein richtiges Vergnügen. Politisch gesehen hält sich das Vergnügen im Augenblick ja sehr in Grenzen, muss man sagen. Also diese langweilige Bundestagswahl davon im halben Jahr, das war ja nicht mehr zu ertragen, oder? Was ist das denn für eine Demokratie? Wie? 30% sind gar nicht mehr hingegangen zur Wahl. Nochmal 30% wussten eine Woche vor der Wahl noch immer nicht, was sie wählen wollten. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, auch drück ab. Die Merkel ist einfach unschlagbar. Sie ist der FC Bayern München in der deutschen Politik, nur ohne Pepp halt. Aber sie hat einen Trick drauf, da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf die Frau einreden, dann dreht die sich einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Und das tun sie ja auch, zum Teil mit offenem Mund. Die Frau agiert wie ein geschickter Magier. Sehen Sie, ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche vor dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen vor ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ableckung, die besorgen die Medien dann selber. Unsere Medien sind inzwischen dazu da, uns mit Skandalen zu füttern, über die wir uns aufregen sollen, damit wir uns nicht mehr Politik beschäftigen. Dafür sind die Medien zuständig und Skandale sind oft saisonbedingt. Also im Moment ist ja gerade Grippesaison. Normalerweise Riesenaufregung, aber dieses Jahr haben sie sich irgendwie auf kein Tier einigen können. Ich meine, wie oft sind wir schon dahin gerafft worden von Pandemien? Sie können sich erinnern, was ist aus der Vogelgrippe geworden? Ich weiß es nicht, fragen Sie die Schweine. Und weil die Grippesaison dieses Jahr so schwach ausgefallen ist, war das dann das Pech vom ADAC. Da wurden die gelben Engel zu Ersatzschweinen. Und das ist so ein Skandal, so ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. ADAC-Skandal. Da können sich alle aufregen, alle können mitregen, reden und es geht um nichts. Innerlich geht es um gar nichts. Und dieses Nichts wird dann in epischer Breite ausgewalzt in allen Medien und wir werden beschäftigt. Und kaum waren die gelben Engel alle wieder eingesammelt, da kamen sie mit Herrn Edati und seinen seltsamen Neigungen. Die interessanterweise übrigens nicht strafbar zu sein scheinen. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Nicht alles, was abscheulich ist, ist auch strafbar. Und deshalb haben die beim Bundeskriminalamt ja auch so lange und intensiv ermittelt. Die wollten ja sicher gehen. Ich stelle mir das so vor, die haben da monatelang vor diesem Bildchen gesessen und haben gesagt, was ist das jetzt? Komm, du auch noch mal gucken, ich kann das hier entscheiden. Ist das hier schon Pornografie oder ist das erlaubter Schweinkram? Was ist das jetzt? Komm, guck doch. Und da hatten sie Gott sei Dank einen im BKA, der kannte sich aus, der hat gesagt, nee, die sind ganz harmlos. Da habe ich ganz andere zu Hause. Jetzt kann man so einen BKA-Mitarbeiter, der wegen Kinderpornografie verurteilt wird, den kann man so verschwinden lassen mit einem Strafbefehl. Sang und klanglos. Ja, da wird doch der Name nicht bekannt, der wird in den Ruhestand geschickt, damit er mehr Zeit für sein Hobby hat, ist ja klar. Aber der Name wird nicht bekannt. Man will doch keine Existenzen vernichten. Wenn aber bei Herrn Edati eine Hausversuchung durchgeführt werden muss, da muss natürlich die örtliche Presse eingeladen werden. Das geht nicht anders. Irgendwas hat der Edati doch falsch gemacht, ne? Kann es sein, dass der als Vorsitzender vom NSU-Untersuchungsausschuss da so ein paar BKA-Leuten ein bisschen zu heftig auf die Füße getreten ist? Vielleicht hätte er mit den Jungs lieber Bildchen tauschen sollen. Man weiß es nicht. Einen Vorwurf muss man ihm auf jeden Fall machen. Sehen Sie, mit so einer Veranlagung, da wird man einfach nicht Politiker, da wird man Priester. Da fällt das nicht so auf und da kommt das vor allen Dingen auch nicht raus. Es sei denn, es sei denn, der Beichtvater heißt Hans-Peter Friedrichs. Sehen Sie, der Friedrichs, der würde das mit dem Beichtgeheimnis genauso wenig begreifen wie mit dem Verrat von Dienstgeheimnissen. Sie könnten das auch erklären, das hilft nichts. So etwas versteht der Friedrichs hat ja immer als einer der intellektuellsten Innenminister gegolten, die wir je gehabt haben. Der war ja als Innenminister so erfolgreich, dass er extra zum Gemüse versetzt worden ist. Viele haben gesagt, er ist dann näher an seinem Kopfinhalt. Der Friedrichs hat dem Gabriel erzählt, dass gegen den Edati ermittelt wird und hat sich damit strafbar gemacht. Der Gabriel hat es dem Stahnmeier und dem Oppermann erzählt, hat sich nicht strafbar gemacht, er hat es einfach nur erzählt. Er war kein Geheimnisträger. Aber der Seehofer hat sich tierisch aufgeregt. Nicht über den Friedrich und dass er sich strafbar gemacht hat. Nein, der Seehofer riecht sich auf über die Geschwätzigkeit von dem Gabriel. Der Seehofer, der hätte sowas alles für sich behalten. Was kann der am besten? Sachen für sich behalten. Und der Gabriel hat es Oppermann und Stahnmeier erzählt und der Oppermann, der wollte dann nur wissen, ist was dran oder nicht. Und dann hat er den BKA-Chef Zirke angerufen. Um rauszufinden, was nur Sache ist. Und dann kommt der Bosbach ins Spiel, das ist auch so ein Intellektueller, die CDU wimmelt ja davon. Und da hat der Bosbach gesagt, er könnte das überhaupt nicht verstehen. Die hätten gesagt, der Zirke habe nichts gesagt und der Oppermann habe nichts gefragt. Was denn das für ein komisches Telefongespräch gewesen wäre. Mensch, Bosbach, wie lange machst du eigentlich schon Politik? Hat dir das noch nie einen erklärt, wie das geht? Das weiß doch jeder, wie sowas geht. Der Oppermann ruft bei dem Zirke an und sagt, Herr Zirke, ich habe da ein Problem. Ich habe hier eine Information vorliegen, dass gegen meine Parteifreund Edati ermittelt wird. So, ich weiß, Sie dürfen da nichts zu sagen. Und ich darf da auch gar nicht nachfragen, sonst machen wir uns ja beide strafbar. Ich muss mal ein bisschen was los ist, wir haben ja gerade Regierungsbildung. Also, wir machen das so. Wenn Sie jetzt nichts sagen, dann weiß ich Bescheid. Und dann sagt der Zirke nichts. Und dann sagt der Oppermann, danke für das Gespräch. Und der Bosbach ist so blöd und zu begreifen, wie sowas funktioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn der Bosbach sich jetzt mal die Mühe machen würde, bei der NSA das Telefongespräch anzufordern. Da könnte er sich sogar mal anhören, wie das klingt, wenn einer nichts sagt und der andere nichts fragt, meine Damen und Herren. Dass man auch auf einer Bühne ein Publikum unterhalten kann, ohne etwas zu sagen, auf eine ganz eigene, originelle Art und Weise beweisen die ersten Preisträger des heutigen Abends. Das Duo ohne Rolf hat eine neue Spielanlage entwickelt. Es ist eine Mischung aus absurdem Theater und philosophischem Kabarett. Jonas Anderhub und Christoph Wolfisberg. Was haben Sie erfunden? Das Plakat-Umblätter-Kabarett. Der Deutsche Kleinkunstpreis 2014 in der Sparte Kleinkunst geht an ohne Rolf. Danke dafür. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. In diesen Zeiten lernen wir sehr viel über Demokratie im Allgemeinen. Nehmen Sie mal den Arabischen Frühling zum Beispiel. Da waren ja erst alle ganz begeistert. Arabische Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist das Beste. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Herrliche Bilder, als die ersten hinterher sprangen. Um zu uns rüber zu schwimmen, liest die Begeisterung schon etwas nach. Ich meine, wir Deutsche sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wenn da alles über die Trümmer geklettert kommt. Dann kamen die ersten freien Wahlen. Das war Tunesien, das erste Land, wo frei gewählt werden durfte. Und zum Entsetzen aller, die ortsansässigen Moslems haben da muslimische Parteien gewählt. Mehrheitlich. Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Da stand in unserer Zeitung und wortwörtlich große, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Und dann kommt es... Da kommt es in Ägypten, kam es direkt zur Katastrophe. Lässt man die Ägypter frei wählen, da wählte sie einen Herrn Mursi als Präsidenten. Einen Islamisten als Präsidenten. Mehrheitlich. Ein Islamist, Sie wissen, das ist im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Und dann kommt dieser Mursi an die Macht, demokratisch gewählt, macht ein paar Gesetze, die einigen Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, ja, das ist mir hier auch schon oft so gegangen. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht über das, was der da gemacht hat. Und da habe ich gesagt, willkommen in der Demokratie. Und dann stellt sich plötzlich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als hier. Sehen Sie, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie keine vier Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Da rufen Sie einfach bei der Armee an. Und sagen, können Sie bitte bei den gewählten Präsidenten verhaften, so geht das hier nicht weiter. Und wenn die Anhänger einen Protestkamp machen und demonstrieren, erklären Sie die zu Terroristen und lassen Sie die einfach mal einen Haufen schießen. Und dann steht in unserer Zeitung, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet, indem Demonstranten erschossen wurden. Und dieser Artikel musste Janukowitsch in der Ukraine aufmerksam gelesen haben. Aber als er das dann nachgemacht hat und die randalierenden Demonstranten in der Ukraine zu Terroristen erklärt hat und abknallen lassen, da war es dann wieder falsch. Da muss erst einmal einer erklären, wo man es darf, wo nicht. Der Kohl hätte gesagt, der Mob der Straße hatte der Demokratie nichts zu sagen. Und was ein aufrechter Demonstrant ist und was ein Mob ist, das entscheidet im Zweifelsfall die Bild-Zeitung. Man muss eben die Unterschiede kennen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wenn die USA den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren, über 100.000 Menschen ermorden. Und dann sagen, ach, Entschuldigung, es gab die Atomwaffen gar nicht, wegen derer, wir hier gekommen sind. Dann ist das was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim ein Referendum abhalten lässt, wo die Menschen sich frei entscheiden können, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Härtung des Weltfriedens. Man muss eben nur wissen, was was ist. Und da haben die halt noch viel zu lernen in der Welt. Der Mosi hat es wirklich übertrieben, muss man auch mal offen sagen. Der Mosi, der steht jetzt vor Gericht, der ist angeklagt, wegen Aufruf zu Mord. Und das geht nun wirklich nicht. Das wird der Obama auch nie machen, sowas. Der Obama wird doch nicht zu Mord aufrufen, der befiehlt den. Aber der ruft doch nicht dazu auf. Der ist der Oberbefehlshaber. Der Obama hat weltweit 3.000 Menschen mit seinem Drohnenprogramm über den Haufen schießen lassen. Er hat sie vorher zu Terroristen erklärt, ist klar, alles korrekt. Aber die USA arbeiten da eine Liste ab, ist Ihnen schon bekannt, oder? Das ist eine offizielle Liste. Da stehen die Namen von Menschen drauf, von Obama abgesegnet. Die Welt wird über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschal. Was haben Sie auf so schlechten Umgang? Sie können die Liste hier einsehen. Jetzt stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Liste aufstellen und anfangen, weltweit Menschen umzubringen, die ihm gefährlich werden könnten. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wir kommen zum nächsten Preisträger des heutigen Abends. Ausgezeichnet wird ein politischer Kabarettist, der selbst komplexe Zusammenhänge mit analytischer Schärfe analysieren kann. Er ist ein Meister des investigativen Kabaretts. Der Deutsche Kleidkundspreis 2014 in der Sparte Kabarett geht an Hagi Butzko. Applaus Dankeschön. 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 All right. Dankeschön. Hey. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Seit 1997 mache ich politisches Kabarett. Ich habe mich noch mit Helmut Kohl auseinandergesetzt. Dann kam Gerhard Schröder, dann Angela Merkel. Bis vor ein paar Jahren diese Finanzkrise losging. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, wieso hältst du dich da mit Politikern auf? Applaus Erst sagen sie, ich soll den Gürtel enger schnallen, dann soll ich den Ruck machen, dann soll ich flexibel sein, dann Einschnitte hinnehmen und dann Abstriche machen. Da frage mich doch, regieren in Berlin lauter Urologen? Applaus Wenn du dich mit den Mächtigen beschäftigen willst, dann musst du dich mit den Banken beschäftigen, mit der Wirtschaft, Finanzen, Bilanzen, Statistiken, da braucht es Vorstellungsvermögen. Dann dachte ich, na gut, Vorstellungsvermögen ist kein Problem, weil Vorstellungsvermögen kennt jeder, der mit Banken zu tun hat, aus eigener Erfahrung. Spätestens mal einen Blick auf den Kontoaussuch. Das Vermögen, das man sich stattdessen da vorstellt, das ist das Vorstellungsvermögen. Was soll ich machen? Ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Ich gehöre wie ihr zu den 99% aller Leute, die von Wirtschaft keine Ahnung haben. 99% aller Leute sind wirtschaftlich betrachtet Idioten. Nur 1% hat Ahnung. Das sind die Fachidioten. Das Problem ist nur, dass die in der Wirtschaft nichts zu sagen haben. Die Entscheidung in der Wirtschaft treffen welche von den 99%? Und das sind die Vollidioten. Beispiel. Liebe Kinder, es war einmal ein holder Knabe, der hieß Jörg Asmussen. Der war nicht nur jung und schön, sondern auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und als solch ein wandelndes Beispiel dafür, warum in Staatssekretär das Wort Sekret drinsteckt. Denn dieser Jörg Asmussen war nicht nur Staatssekretär zum Beispiel unter Per Steinbrück, sondern der Steinbrück hat den einfach übernommen von seinem Vorgänger Hans Eichel. Und auch der Eichel hat den da nicht eingestellt, sondern bereits vorgefunden bei seinem Vorgänger Theo Weigel. Das Bundesfinanzministerium ist das wichtigste Ministerium der Regierung. Wer die Finanzen regiert, regiert die Etats aller anderen Ministerien. Gut, außer das von Rainer Brüderle, der war regierungsresistent. Aber seit 1996 konnten wir wählen, wen wir wollen. Unsere Finanzen, die wurden regiert von Jörg Asmussen. Und dieser Jörg Asmussen war während dieser ganzen Zeit im Bundesfinanzministerium wohl die treibende Kraft der Vorkämpfer dafür zu sorgen, dass Banken möglichst nicht reguliert werden sollen. Warum nicht? Damit wir wohlhabend und reich werden. Das war das Argument. Man soll Banken nicht regulieren, damit wir wohlhabend und reich werden. Die entscheidende Frage lautet, wer dabei mit wir gemeint ist. Wenn man nämlich erfährt, dass die Frau von Jörg Asmussen eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich Rundposten bei der deutschen Börse hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest die beiden mit Laschenbanken Regeln ziemlich wohlhabend und reich geworden sind. Was man jetzt aber noch wissen muss, ist Folgendes. Dieser Jörg Asmussen saß nicht nur im Bundesfinanzministerium drin, der hatte noch mehr zu tun. Er saß außerdem noch im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung auf sich drin. Kurz, BaFin genannt. Was ist die Aufgabe der BaFin? Banken zu kontrollieren. Was hält Jörg Asmussen nochmal davon, Banken zu kontrollieren? Richtig, nichts. Und deswegen hat er sich gesagt, mache ich das am besten selber. Logisch, so als würde der einzige Vegetarier beim großen Abendessen sagen, er möchte alles Fleisch alleine essen, damit die anderen Vegetarier sein können. Die Aufgabe der BaFin ist, Banken zu kontrollieren. Wie zum Beispiel die Düsseldorfer IKB Bank. Das war die allererste Bank, die schon 2007, ein Jahr vor Lehman Brothers, pleite ging, weil sie diese amerikanischen Schrottkredite gekauft hatte. Und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, ja Moment mal, wenn der Asmussen noch in der BaFin drin saß, hätte er eigentlich sehen müssen, dass die IKB Bank dabei ist, Geschäfte zu machen, die auch Franjo Poth organisieren könnte. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der saß nicht nur im Bundesfinanzministerium unter der BaFin drin, er saß außerdem noch in diversen Aufsichtsräten drin, zum Beispiel Postbank, Telekom, Deutsche Bahn und, ach ja, IKB Bank. Da saß er auch im Aufsichtsrat drin und da muss man jetzt aber bitte mal Verständnis für haben, dass deiner sich nicht selber kontrollieren kann, wenn er sowieso schon in der zu kontrollierenden Bank in einem Kontrollgremium drin sitzt. Wie soll das gehen? Schon Lenin sagte, Kontrolle ist gut, wegschauen ist besser. Nur gibt es jetzt noch bösere Zungen, die sagen, ja Moment mal, wenn der Asmussen sogar in der IKB Bank selber auch drin saß, hätte er es recht sehen müssen, dass sie dabei ist, pleite zu gehen. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der ist nämlich zuvor noch in diversen Käufer, Lobbyisten, Anleger und Interessentenkreisen rumgerannt und hat Werbung dafür gemacht, genau diese Kredite zu kaufen. Und nicht nur das, er hatte noch mehr zu tun. Er musste sich zuvor nämlich erst noch im Bundesfinanzministerium erstmal die Genehmigung für den Handel mit diesen Krediten einholen. Und wer im Bundesfinanzministerium hat wohl diese Genehmigung erteilt? Kleiner Tipp, fängt mit Jörg an, hört mit Smussen auf. Und jetzt fassen wir zusammen. Jörg Asmussen musste beaufsichtigen, dass er beaufsichtigt, dass die Papiere, die er kaufen will, nicht ohne seine Genehmigung von ihm selber verkauft werden. Und weil dieser Jörg Asmussen, wie wir also jetzt gesehen haben, fernab von jeder Bankenlobby immer nur die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes im Blick hatte, berief jetzt Andrea Nahles diesen Jörg Asmussen als Staatssekretär in ihr Ministerium für Arbeit und Soziales. Ein Begriff, den man ja immer wieder hört, ist der Begriff Bankenlobby. Was aber ist das eigentlich, die Bankenlobby? Nun dazu drei Untersuchungen. Erstens, die New York Times hat vor ein paar Jahren mal Anfang Januar mehrere Dutzend Börsenmakler gebeten, sie sollen mal tippen, welche Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten die meisten Gewinne machen. Wisst ihr, wer die größte Trefferquote hatte? Der eine Schimpanse, der mittippen durfte. Ist kein Witz. Die haben dem einen Pinsel in die Hand gedrückten Farbeimer vor ihm aufgestellt, dann hat er da rein rumgepanscht, das Ding durch die Gegend geschleudert, dann sind einzelne Tropfen auf einer Liste mit Börsenunternehmen gelandet, die Aktien haben sie gekauft, am Ende des Jahres war der Schimpanse Millionär. Und zwar ohne dafür zuvor Günther Jauch kennengelernt haben zu müssen. Zweite Untersuchung. Die Universität St. Gallen hat mal einen Psychotest durchgeführt. Da ging es in einer Computersimulation um Wasserknappheit und die Testperson bekam die Aufgabe, zu den Behörden zu gehen und sich eine Ration Wasser abzuholen. Und dann stand auch ganz klein auf dem Monitor, wenn du willst, kannst du auch sagen, dass du die Rationen für deinen Nachbarn mitnimmst und die aber heimlich für dich selber behalten. Wenn du das gemacht hast, war der Test so programmiert, dass dein Nachbar das mitbekommt und auch damit anfängt. Das heißt, ihr beide seid ab sofort nur noch damit beschäftigt, euch gegenseitig zu hintergehen und über den Tisch zu ziehen. Wenn du das jetzt weiter ein paar Mal gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden das mitbekommen und euch zur Strafe die Ration kürzen. Und zwar so sehr, dass selbst die geklaute doppelte Menge weniger wäre als die ursprüngliche Einzelmenge. Das heißt, jetzt hattest du die Wahl. Machst du weiter mit dem Bescheißen oder fängst du an, dich ehrlich zu verhalten? Wenn du Letzteres gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden ja kurz darauf deine ursprüngliche Einzelmenge wieder ausnehmen. Es ging in dem Test dabei um folgende Frage. Wann bemerkt der Proband, dass er mehr Gewinn macht, wenn er ehrlich ist und mit anderen teilt? Und getestet wurden zwei Bevölkerungsgruppen. Auf der einen Seite Investmentbanker und auf der anderen Seite richtige Psychopathen. Ist nicht von mir erfunden. Auf der einen Seite Leute, denen wir unsere Ersparnisse anvertrauen und auf der anderen Seite wirklich weggesperrte, gemeingefährliche Irre, geisteskranke, Gehirnamputierte, komplett Bekloppte. Und jetzt ratet mal, welche von beiden Gruppen am Ende mehr Wasser hatte. Klar Tipp, wenn du bald mal Geld übrig hast und weißt nicht wohin damit, geh ruhig zu deinem Bankberater. Aber nur, um ihn nach dem Weg zur nächsten Irrenanstalt zu fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht. Aber mich beschleicht da so langsam doch der Verdacht, dass sich da zwischen uns, unserer Arbeit und unserem Geld Leute rumtreiben, auf die wir im Grunde wahrscheinlich gern verzichten könnten. Vielen Dank. Im Laufe des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preistagern aus der Schweiz und Preistaggerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall, denn sowas kann man ja nicht steuern. Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten, das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck. Das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen. In Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß haben dem Land den Rücken gekehrt. Das hätte mir vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampf im Manze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungsnutte. Die gegen Prostitution kämpft. Großartig. Und Uli Hoeneß, der Mann, der immer schon wuchst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre. Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in den Ländern exportieren, die sich nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten, wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexperte der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen sie das bleiben, wenn sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffenentspannungsgebiete, wie weltfremd kann man eigentlich sein? Wenn sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht von Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die Größen und Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen, das wissen die wenigsten, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit, das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Nach so viel schwarzem Humor kann der nächste Preisträger nur aus einem einzigen Land kommen, Österreich. Der Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleidkurspreis 2014 geht an Klaus Ecke. Wie haben Sie das gelesen? In Amerika haben Sie jetzt den Carl Gary zum Bürgermeister gewählt. Den Carl Gary. Das wirkt am ersten Blick nicht besonders, wer ist der Carl Gary. Am zweiten Blick ist das recht interessant, was die da in Tracy City gemacht haben. Dieser Carl Gary ist seit zwei Jahren tot. Die haben einen Verstorbenen gewählt. Das ist die erste Stadt, den einen Verstorbenen zum Bürgermeister. Die Wähler haben sich dort die Gegenkandidaten angeschaut und gesagt, der wirkt dynamischer. Die haben gesagt, in dem steckt mehr Leben drin. Das war das Argument. Jetzt habe ich ähnlich diesen Satz verstanden, dass man bei der Wahl seine Stimme in eine Urne wirft. Ich habe das ja bis heute noch gesagt. Aber was heißt das von der Logik? Ein toter Politiker ist ein guter Politiker. Und als Österreicher muss ich da stolz sagen, schon wieder hat der Jörg Haider einen Trend erkannt. Ja, also. Aber ich will mich gar nicht in den Niederungen der Politik aufhalten, die so negativ... Die EU sagt ja, 2014 der Europäer muss positiver denken. Positiver. Und das habe ich mir vorgegeben. Ich bin ja Europäer. Ich denke jetzt positiv. Wirklich. Den ganzen Tag versuche ich positiv. Wirklich. Also wirklich. Wenn ich mich beim Rasieren schneide, ich denke mir immer, Wahnsinn, ich bin super durchblutet. Wirklich. So denke ich jetzt. So denke ich jetzt. Ich bin Europäer. Vor zwei Tagen habe ich im Internet gesehen, dass meine Aktienkurse wieder so runtergehen. Und ich habe mir gedacht, ah, die holen nur Schwung für den Aufstieg. Da habe ich sehr positiv. Ich versuche alles positiv. Auch in der Partnerschaft. Man muss positiver formulieren. Die Sprache, an der feilen Euphemismen finden. Zum Partner muss nicht... Man muss nicht zum Partner sagen, du hast Mundgeruch. Mundgeruch ist negativ besetzt. Man kann doch zum Partner sagen, ja, dank dir brauchen wir im Schlafzimmer kein Fliegengitter. Es ist... Nein. Sie lachen. Aber da besteht eine Chance. Man kann den Partner nicht erinnern. Aber die Sprache oder den Gedanken zu ihm. Das ist alles sehr interessant. Wir in Österreich, wir sind auch... Wir haben wirklich Bisa-Probleme. Wir sind ganz unten bei diesen Bisa-Statistiken. Aber wir sagen nicht, unsere Kinder, die sind Deppen. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, die leben im Wissenszölibat. Das ist die Lösung. Es ist... Such der Schöne. Natürlich dem Österreicher wird nachgesagt. Auch dem Deutschen. Wir sind negativ, misanthropisch, pessimistisch. Ja, vielleicht. Da muss man aber ehrlich sagen, kulturgeschichtlich, es ist ja die klügere Denkensart. Pessimismus. Ein Pessimist, habe ich mir ja wieder überlegt, das muss man auch der EU sagen, der ist ja dankbarer. Er ist dankbarer. Beispiel. Stellen Sie sich vor, eine Sternschnuppe fliegt über den Himmel. Der Optimist, der wünscht sich einen Ferrari, eine Villa, die Pamela Anderson. Der Pessimist wünscht sie nur, dass sie nicht trifft. Oder wenn ein Pessimist in ein Flugzeug einsteigt, ist er sich sicher, dass der Flieger abstürzt. Sicher. Und dann freut er sich, wenn er nur entführt wird. Der Pessimist sagt, besser in Damaskus landen als gar nicht. Das passt schon, das ist schön. Was ich ja interessant finde am Pessimisten, was ein kluger Kopf ist, der hat immer einen Plan B. Ein Pessimist hat immer einen Plan B. Der hat einen Plan C, D, E. Ein Pessimist ist überrascht, wenn Plan Y funktioniert. Der singt Oh Happy Day. Ein Optimist. Was macht der typische Optimist, wenn Plan A nicht funktioniert? Was macht der? Der macht noch einmal Plan A. Noch einmal. Der hat so eine Lernkurve. Aber Extremoptimismus ist ja leider nicht heilbar. Wir haben schlimme Fälle in Wien. Am Wiener Zentralfriedhof gibt es einen Grabstein, auf dem steht wirklich um, vorübergehend verstorben. Der könnte auch ein Schild drüberhängen, komme gleich oder so. Es hat ja auch in der Geschichte der Optimismus, unheil angerichtet, unheil. Zum Beispiel der Adolf. Der Adolf. Schauen Sie mich nicht so an, wir Österreicher können oft über den Adolf reden, in unseren Geschichtsbüchern ist er Schweizer. Wir haben ihn ausgelagert, das war ein Trend. Wenn der damals kein Optimist gewesen wäre, sondern ein Pessimist, der wäre nicht einmal in Lichtenstein einmarschiert als Pessimist, da hätte er gesagt, das schaffe ich nicht. Da hätte er sich zurückgezogen, nach Braunau oder in seine Heimat, nach Zürich. Und wäre vielleicht ein bescheidener Kleingärtner geworden. Sicher verhaltens auffällig, also ganz dicht war der nicht. Aber das hätte man ausgehalten. Er hätte vielleicht einen Kleingärtner und hätte dann zum Nachbarn rübergerufen, seit 5.45 Uhr wird zurückgekossen. Ja, aber das hätten wir ausgehalten. Auch in Beziehungen. Eigentlich ist es klüger, nehmen Sie sich einen Pessimisten. Ein Pessimist ist nie untreu, der denkt sich, ich finde eh keine andere. Das bin auch ich. Das habe ich halt am Pianino zu Hause noch aufgenommen. In Österreich habe ich es aufgenommen. Wollte ich dann vorspielen, das bin ich. Klassik. Habe ich schon mit 18 Jahren können. Mit 18 habe ich das schon ein Stück können. Ja, ich wurde früh gefördert. Schön, hm? Kein Wunder, dass ich einen Förderpreis kriege. Super. Jetzt habe ich mir nur halt angeschaut, auf YouTube ist ein Chineser, ein Chineser, der ist vier Jahre alt und spielt das. Habe ich runtergeladen. Vom Anschlag bin ich besser. Gut, der übt neun Stunden am Tag, klavier der Chineser. In neun Stunden hat der Vater im Internet reingeschrieben. Huiwang heißt der. Huiwang. Neun Stunden Klavier, das kann man in Österreich gar nicht durchsetzen. Wenn bei uns in Österreich ein Kind zehn Minuten Xenophon übt, hat es ein Burnout. Naja, aber man muss die Kinder fördern. Aus den Kindern muss ja was werden. Ich habe Angst. Meine Tochter fördere ich zum Beispiel mit jedem Satz. Mit immer. Immer wenn ich sie rufe, sage ich, bitte komm und zieh dir die Schuhe an. Und nachher sage ich gleich, please come and put on your shoes. Schauen Sie, sie reagiert zwar auf beides nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mir dann immer wenigstens, sie ignoriert sie mich zweisprachig. Das ist, ich bin ja bilingual egal. Das ist schön. Nein, man muss die Kinder fördern. Immer fördern. Man muss sich ja durchsetzen gegen die Chinesen, gegen die Inder, gegen die Finan. Unser Nachbar, der hat eine Computerfirma. Eine Computerfirma und die größte Angst von ihm, dem Eddie, Eddie heißt der, ist, dass der Inder den Betrieb übernimmt. Der Inder kommt. Jetzt fördert er den Buben mit Computer und das verwirrt den Sohn aber schon. Also eine wahre Geschichte. Wir waren mit den Kindern, da war der Niklas sein Sohn, drei Jahre alt, ihm streichelt so. Und der Niklas ist gestanden vom Schaf, hat sich das Schaf angeschaut und nach zehn Sekunden hat der so gemacht, so. Und dann hat der geweint. Und wir haben überhaupt nicht gewusst, warum weint der Niklas. Und dann sind wir draufgekommen, der Niklas hat ja ein iPad. Ein iPad. Mit drei. Ist eh schon zu spät. Aber egal, ja. Und beim iPad gibt es ja ein Spiel, Animal Farm. Und wenn da ein Schaf ist und du wischst, dann wird aus dem Schaf eine Kuh und wenn du nochmal wischst, kommt ein Bingo in. Das Problem war jetzt nur, der Schaf im Streichelzoo hat nichts davon gewusst. Nichts. Das ist ja nicht von Apple. Das hat aber der Bub nicht verstanden. Er hat geweint. Ich habe gesagt, du, das ist ein Offline-Chip. Das ist, das ist, wie soll ich dir das sagen? Das ist, das ist zwar analog, hat aber eine bessere Grafik. So habe ich, aber er war fertig. Er hat gesagt, Schaf kaputt, braucht Update. Also es war, jetzt habe ich zum Vater, zum Eddie gesagt, du musst das doch deinem Sohn erklären. Er hat gesagt, nein, ich werde meinen Sohn sicher nicht mit der Realität verwirren. Er hat gesagt, in zehn Minuten, super. Wenn der Lust hat, der steigt bei der NSE ein. Was er nicht kann, ist schnäuzen. Das kann er nicht. Dann macht er mir, da fehlt ihm der letzte Schritt. Das ist aber schon wichtig. Also beim Bewerbungsgespräch, da kannst du noch so viel programmieren. Also ich habe zum Eddie gesagt, also atmen und schnäuzen muss man können. Also es ist, das sind Basic Skills. Aber da, jetzt ist der Nikas so ein Lirberbub, wie wir sagen. Also es so, und ich will es ihm erklären, in seiner Sprache habe ich es ihm jetzt erklärt. Nikas, was du falsch machst, beim Schnäuzen ist, du verschiebst deine Nasendaten immer in Ordner Nebenhöhlen, ja. Du musst die aber ins Taschentuch downloaden. Du musst die ins Taschentuch und Nasenloch und Taschentuch brauchst du nicht mit Kabel verbinden. Das geht über WLAN. Das geht über WLAN. Da hast du eine 12-Ampit-Leitung, ja. Es gibt aber keinen Upload. Du brauchst nicht zugeschickt und die Daten. Und wenn du nochmal nissen musst, nimmst du dir ein neues Taschentuch und machst du eine Sicherheitskopie, ja. Und jetzt kann er es. Ja, man muss die Kinder abholen, wo sie stecken geblieben sind. Aber unsere Kinder in Europa, die müssen sich ja durchsetzen gegen die Indischen, gegen die Finnischen, also gegen die Finnischen, aber gegen die Kinesischen, ja. Und wissen Sie, machen ja viele Frauen jetzt was Tolles, die beschallen ihren Bauch mit klassischer Musik. Das ist gut für die Förderung. Aber wir Männer, wir machen zu wenig. Wir machen, und jetzt habe ich ein Frühförderprogramm für Männer. Ich habe mir jetzt Hodenkopfhörer gebastelt. Was ist daran witzig? So, es ist so. Und beschalle meine Spermien. Ich tue die Vorfördern vor dem Frühfördern. Das sind so kleine Kopfhörer, die klemmt man sich drauf. Beim ersten Mal tut es weh. Es tut weh. Aber man muss sich dann denken, es ist nicht für mich, es ist für die Pensionsversorgung. Es ist... Dann wischt man sich die Träne raus und dann beschall ich sie. Ich spiele oft den Chinesen vor den Spermien. Dann können Sie jetzt schon die Noten lernen, die Partitur. Und oft spiele ich Mozart. Mozart ist gut für die Spermien. Da spiele ich oft Zauberflöte. Das ist... Das ist für die Spermien gleich ein Belastungstest. Ein Belastungstest. Die Schwachen zreißt es. Die zreißt es. Aber die Schwachen will ich eh nicht fördern, die ganzen Hodenmimosen. Da spielen wir das. Man muss aber das Richtige in den Spermien. Über den Hodenkopfhörer vor... Wenn du das falsche, wenn du das vorspielst, das... Dann wird das nachher ein Apreschiprimat. Ein Apreschiprimat. Ein Volltipp. Ein Intelligenzallergiker. Das haben wir von unserer Leistungsgesellschaft. Das fehlt uns irgendwann am Kopf. Deswegen zum Schluss zwei Lieder gegen die Leistungsgesellschaft und gegen den Fleiß. Zwei Lieder gegen eine ganz kurze Lieder. Ganz kurz. Das erste ist so. Bitte aufpassen. Wer sich in der Arbeit einen Haxen ausreißt, wird in der Freizeit humpeln. Und falls sie das noch nicht überzeugt hat, noch was? Die faule Sau sagt zum Leistungsschwein, gratuliere, du wirst vor mir ein Schnitzel sein. Dankeschön. Dankeschön. Im Verlauf der Schulden- und Euro-Krise haben wir eine Menge erstaunliche Dinge erfahren dürfen. Über Griechenland insbesondere. Ich meine, dass die reichen Griechen es mit dem Steuerzahlen nicht so haben, das war uns eigentlich immer schon bekannt. Aber was mich sehr verblüfft hat, ist zu erfahren, dass sie da gar kein Katasteramt kennen. Also die wissen ja wirklich nicht, wem diese Luxusvillen da gehören. Wie will man die dann besteuern? Und wenn es überall nur Schwarzbauten gibt, kann man natürlich auch prima Schwarzgeld verbauen. Das ist ganz klar. Und ich habe eine Idee, wie man den Prozess beschleunigen kann, um herauszufinden, wem was gehört. Also ich schlage folgende Vorgehensweise vor. Ich würde in der ersten Luxusvilla klingen und würde sagen, guten Tag, ich komme vor Finanzamt. Wir würden gerne mal wissen, wem das Haus hier gehört. Und wenn die dann sagen, das wissen wir auch nicht. Warum soll sie das denn wissen? Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie wohnen hier nur. Sie sind nicht der Besitzer, das heißt, Sie sind Mieter. Dann müssen Sie doch einen Mietvertrag haben. Sie müssen doch den Besitzer kennen, wenn Sie hier wohnen. Dann würde ich sagen, nein, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie sind nicht Besitzer, Sie sind nicht Mieter, dann kommen Sie mal raus. Dann sind Sie Hausbesetzer. Dann sind Sie jetzt verhaftet und dann lasse ich einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt und schafft schon mal Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die Jungs am Arbeiten sind, klingeln die schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie vielleicht sehen. Sie müssen den Menschen beweisen, dass Sie das ernst meinen, sonst hat das alles gar keinen Zweck. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie zwei, drei Villen abgerissen haben, ab der vierten Villa meldet sich überall ein Besitzer. Das ist mein Haus. Was wollen Sie eigentlich? Ja, was wir wollen ist ganz einfach. Wir wollen wissen, wovon Sie das Haus bezahlt haben. Sehen Sie, wir haben hier Ihre Steuerunterlagen, die Sie eingereicht haben. Sie haben die letzten 15 Jahre nie mehr als 15.000 Euro zu verstorienes Einkommen angegeben. Das Haus hat doch viel mehr gekostet. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, Sie können Fragen stellen. Soll ich raten? Schwarz-Gelb? Ja, jetzt hören Sie doch mit dem Getur auf. Wir sind doch selber geriecht. Wir wissen doch, was hier gelaufen ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das war ja so. Das ist halt unsere Kultur gewesen. Nur der Spaß ist jetzt vorbei. Die Party ist zu Ende. Die kleinen Leute mussten die Renten gekürzt kriegen, die Löhne mussten gekürzt werden. Leute wurden entlassen und Sie müssen jetzt Ihre Steuern nachzahlen. Das ist jetzt einfach so. Sie zahlen zehn Jahre, rückwenden Ihre Steuern nach und alle sind zufrieden. Ja, aber mein ganzes Geld ist doch in der Schweiz. Ja, dann holen Sie das Geld jetzt mal zurück. Ich würde mich beeilen. In zwei Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren. Sie können das auch ans Fernsehen verkaufen. Eine neue Sendereihe. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Bei den Luxusjachten ist die Sache noch viel einfacher. Da brauche ich nicht mal einen Bulldozer. Ich gehe auf die erste Luxusjacht und sage, wem gehört das hier? Und wenn sich keiner meldet, dann mache ich da drei Löcher rein. Und dann blub, 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 weg ist das Ding. Und wenn Sie zwei, drei Schiffe versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das da ist mein Schiff. Lassen Sie die Finger davon. Schönes Schiff. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ja, wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Ja, hören Sie mit dem Getue auf, wir wissen ja Bescheid. Schwachsgeld ist kein Problem. Wir wollen ja keinen moralisch verurteilen. Sie werden doch nicht bestraft. Sie müssen nur zehn Jahre die Steuern nachzahlen. Ja, aber wovor soll ich das denn tun? Mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, da verkaufen Sie jetzt das Schiff und davon zahlen Sie Ihre Steuern nach. Ja, da hätten Sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Wir kommen jetzt vom Schiff ohne Umweg zum Schifferklavier. Das ist das Markenzeichen der nächsten Preisträgerinnen. Sie kommen aus der Schweiz. Nicole Knut und Olga Tutschek geben dem kabarettistischen Chanson völlig neue Töne, völlig neue Worte. Sie sind bitterböse, aber gerecht und so mögen wir das. Der Deutsche Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson, Lied, Musik im Jahr 2014 geht an Knut und Tutschek. Allein zu sein bedarf es wenig. Doch beim zu zweit sein ist der eine König, der andere aber untertänig. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, damit der Tod erst euch zum Scheiden findet. Na gut, haben wir zwei Preisskulpturen. Ja, das finde ich gut. Wir haben aber leider nur einen Scheck, glaube ich. In Euro. Also gut, ja das ist eben so eine Duo-Geschichte. Es ist nicht immer einfach, wenn man so als Duo unterwegs ist. Ja, man ist gewissen, also nicht Probleme, das sind nicht Gruppendynamische Prozesse. Also wir sind einer Gruppendynamik unterworfen. Aber wir lösen die Gruppendynamik, indem wir Seminare besuchen. Das ist ein ganz schönes Wort, Seminare. Seminare gibt es für die verschiedensten Bedürfnisse mittlerweile. Also wir als Schweizer und als Frauen, wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema direkte Demokratie beschäftigen, besuchen wir gerne Lach-Yoga-Seminare. Ihnen jetzt so als Mitgliedinnen und Mitglieder von Europa, würden wir dann eher ein Seminar in integrativer Trauerarbeit und Loslassen empfehlen, vielleicht so. Also wir haben schon sehr viele Seminare besucht. Das letzte war ein Yoga-Seminar, das haben wir gemeinsam besucht. Das war ein voller Erfolg. Seither besuche ich auch meinen Physiotherapeuten wieder dreimal pro Woche. Das Seminar hat den Nerv getroffen, den Ischias-Nerv. Aber es war ein sehr, sehr schönes Seminar. Ein ganz schönes Seminar. Wirklich. Es war auch sehr teuer. Aber darum erzähle ich das natürlich nicht. Wir sind ja auch Schweizer. Nein, wir können uns das leisten natürlich. Aber was wir in diesem sehr, sehr schönen Seminar gelernt haben, ist, dass man einfach auch mal was weitergeben soll. Also schenken. Ja, das tun wir. Wir schenken Ihnen jetzt die Quintessenz dieses sehr, sehr teuren Seminars, in der Hoffnung, dass was zurückkommt. Nein, nein, falsch, falsch. Nein, eben nicht, Nicole. Ja, ja, ich habe es. Sie ist noch nicht so weit. Wir werden das Preisgeld verwenden, um noch eine Seminar. Ja, es ist mir jetzt rausgerutscht. Mein Gott, kann mir auch mal passieren. Das Problem ist, mein Atlas ist jetzt verspannt. Ja, bei mir auch. Ich schwinge mich jetzt trotzdem mal ein und dann kommst du rein, wenn es für dich stimmt. Ja, natürlich, ich komme. Atmest du noch? Ja, ich atme. Öffnet eure Zentren, spürt die Resonanz, heilt die inneren Kinder, Werdet wieder ganz, schließt eure Augen, horcht in euch hinein. Bald schon wieder werdet ihr eingemitten sein. Kommt zurück zum Einklang, fließt mit dem Flow, gebt den Good Vibrations, vergebend euer Go. Heilt eure Quanten, ladet auf die Tomaline, salzt den Himalaya, schnuckt eure Vitamine. Hum, om, ha, der Wassermann ist da. Shanti, Shiva, Brahma, wir sind vegan und essen Rama. Hum, om, ha, wir atmen ins Hara. Shanti, Shiva, Brahma, wir fasten fürs Karma und entlasten unseren Darm. Ah, ha, 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 ha. Hebt den Sacred Spirit, dreibt tantrisch achtsam gelöst, weitet euch und lasst herein, was von vorn und hinten in euch stößt. Schärft eure Sinne, bezahlt das Seminar, ihr wisst, dass jede Spinde auch mal eure Mutter war. Erdet eure Füße, hebt den Geist zu den Sternen, ihr könnt euch befreien, innere Fesseln entfernen. Sucht kein Heil im Außen, erhebt euch aus dem Leid und denkt nur ans Scheißen, wenn ihr am Scheißen seid. Hum, om, ha, der Wassermann ist da, Shanti, Shiva, Brahma, wir sind vegan und essen Rama. Hum, om, ha, wir atmen ins Hala, Shanti, Shiva, Brahma, wir fasten fürs Karma. Und entlasten unseren Darm, ha, hum, om, ha, wir chanten wunderbar. Shanti, Shiva, Brahma, zum Satz, Sangha, Ha, Ha, Hokus, Hokus, Hene, Minimu, erleuchtet bist nur du. Darum send ich dir zu und wach deine Chakren zu. Danke sehr. Es gab im letzten Jahr in Deutschland zwei richtig große Skandale. Das eine war Pferdefleisch in der Lasagne und das andere war der Abhörsskandal der NSA. Und da hat sich herausgestellt, also die Deutschen haben im Grunde kein Problem damit, wenn einer ihre E-Mails mitliest oder die Telefongespräche abhört, aber Pferdefleisch in der Lasagne, da ist Schluss mit lustig. Da ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann kann der Deutsche sich richtig aufregen. Da war aber kurz vorm Aufstand, also ich glaube, wenn sich da herausgestellt hätte, dass da die Amis hintergesteckt hätten, da wäre man einmarschiert. Aber NSA, da haben die Deutschen kein Problem mit, das war doch Wahnsinn. Zwei Drittel aller Deutschen sagen, sie fühlen sich ja nicht bedroht, sie haben ja kein Problem mit der NSA. Ich glaube, das liegt ja in dieser christlichen Grundhaltung in diesem Land. Das ist das christliche Abendland, die Menschen hier sind das gewohnt, dass da einer oben ist, der alles mitsieht und alles aufschreibt. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich pervers, die Vorstellung, dass da einer ist, der alles sieht, was ich mache, auch wenn ich allein am Klo bin oder so. Fand ich das nicht schön. Als sie mir dann gesagt haben, dass Oma auch noch auf der Wolke sitzt und immer auf mich aufpasst, fand ich auch nicht beruhigend, ehrlich gesagt. Aber so wachsen die Kinder hier auf. Im christlichen Abendland glauben die Kinder, einmal im Jahr kommt der Nikolaus, der hat ein großes Buch, da steht alles drin, was sie gemacht haben. Auch das, was vorher nicht bemerkt worden ist. Und dann sagt der Nikolaus, er will die Maria, die E-Mail hätte sie besser nicht geschrieben. NSA heißt, Nikolaus sieht alles. Aber es werden ja nur die Bösen bestraft. Wie bei der NSA, beim Nikolaus auch. Und fürs Bestrafen hat der Nikolaus den Knechtrupprecht dabei. Und das fand ich auch schon seltsam. Wie pervers muss man sein, um sich so eine Figur auszudenken. Ein Mann, der mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen. In Holland heißt der Knecht Ruprecht Swartepiet. Da war jetzt im Dezember eine Riesendiskussion in Holland. Ja, die haben sich aufgeregt. Nicht darüber, dass da einer mit einer Rute kommt, um Kinder zu züchtigen, sondern dass es ein farbiger ist. Das wäre Rassismus. In den USA heißt der Swartepiet Obama. Auch Black Bush genannt. Dessen Rute ist eine Drohne. Sehen Sie, und wenn bei der NSA eine richtig Mist gebaut hat oder zu aufmüpfig war, dann muss zur Strafe drei Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Das ist die Höchststrafe. Danach bauen Sie nie wieder Mist, meine Damen und Herren. Ich verspreche es Ihnen. Wir schreiten zur Verleihung des Ehrenpreises. Meine Damen und Herren, der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkaufspreis 2014 geht an Franz Hohler. Ach, liebe Nachbarn im Norden. Wie manches Mal müssen wir euch die Schweiz noch erklären, bis sie begreift, dass der Charme der direkten Demokratie auch freundlich lächelnd die Freizügigkeit an die Wand spielen kann und dass bei uns das Volk entscheidet und nicht die Regierung, wer unsere Grenzen überschreiten darf und wer nicht. Und dass 19.500 Stimmen genügen, um unsere Schlagbäume niedergehen zu lassen und alle Verträge mit Europa, also mit euch, zu Makulatur zu machen. Haben wir die Parole, wir sind das Volk, nicht auch schon gehört? Die gilt schon lange bei uns. Und dass dieses ländlich bescheidene Volk einem Milliardär gefolgt ist, gehört wohl auch zu den Eigenheiten unseres Landes, der Festung vor Helvetia, gegen die eure Kavallerie noch immer vergeblich anstürmt. Liegt sie doch irgendwo offshore, umspült von den Wüstenfluten Europas. Und auch die Feinheiten unserer Sprache müssen wir immer wieder vor euren staunenden Augen entfalten. Das Wort hinterziehen bedeutet hier sicher verwahren. Und hat mit Betrügen nichts zu tun. Das hat ja sogar Frau Schwarzer geglaubt. Und Herr Hoeneß auch, samt Herrn Schmitz, Kultursekretär aus Berlin. Während die ganze Musikindustrie den Preiszerfall der CDs beklagt, erzielen CDs aus dem Innern von Vorhelvetia gerade bei euch, liebe Nachbarn, astronomische Preise. Denn auch für Kleckse auf Weissen Westen gibt es einen Schwarzmarkt. Und wenn ihr zu Tausenden unser Land, unser schönes Besuch, dann haben wir gar nichts dagegen, denn unser Hotelpersonal aus Portugal, Bosnien oder Sri Lanka spricht Deutsch. Und auch wir geben höflich Antwort, wenn ihr uns fragt, wo das Kunsthaus sei und das Münster oder der See. Bloß wenn ihr hier arbeiten wollt, in den Banken, Hochschulen oder Spitälern, dann sprechen wir Schweizerdeutsch. Damit man uns kann unterscheiden von euch. Immerhin halten sich eure Asylgesuche bei uns in Grenzen. Da könnt ihr froh sein. Ihr müsstet sonst in unseren hübschen Städtchen mit Aufenthaltssperren vor Kirchen und Badeverboten rechnen. Wir sind halt, möchte ich abschließend sagen, ein kleines Land, in dem selbst die Kunst zur Kleinkunst wird. Das kommt uns dann wieder bei euren Preisen von heute Abend zugute. Ja, und jetzt noch eine kleine Fabel, damit Sie auch etwas lernen. Die heisst, der Pressluftbohrer und das Ei. Ein Pressluftbohrer und ein Ei stritten sich einmal, wer von ihnen der Stärkere sei. Natürlich ich, renommierte der Pressluftbohrer. Ha! Krächzte das Ei. Ich bin viel stärker. Der Pressluftbohrer zuckte überlegen die Achseln. Wie du meinst, ich bohre dich in tausend Stücke. Und ich schlage dir den Schädel ein, quietschte das Ei. Ei, du dummes Ding, sagte der Pressluftbohrer und schüttelte den Kopf. Wie soll das zugehen? Wirst schon sehen, prallte das Ei und warf sich in die Brust. Ich brauche nur den kleinen Finger zu rühren, lachte der Pressluftbohrer. Ich mache dich mit meinem Dotter zu Brei, krähte das Ei und trat kampflustig von einem Bein aufs andere. Da warte es dem Pressluftbohrer zu dumm und er bohrte, wie er schon zu Beginn betont hatte, das Ei in tausend Stücke. Ja. Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, haben Sie gemeint, das Ei gewinne. So naiv. Das ist eine Geschichte aus dem Leben. Ja gut, dann erzähle ich vielleicht etwas, das ein bisschen leichter verständlich ist. Ein paar Kinderverse, die fangen alle an mit Es war einmal. Es war einmal ein Mann, an dem war fast nichts dran. Er war ein dünner Strich und das war ärgerlich. Lief man in ihn hinein, dann schrie er, nein, 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 es handelt sich beim Strich um mich, um mich, um mich. Das ist ja der Erste gesehen. Nein, nicht klatschen, es lohnt sich nicht, dazwischen zu klatschen. Es war einmal ein Stern, der hatte Kühe gern. Es war so kalt im All und weit und breit kein Stall. Er gab sich grosse Mühe und rief, kommt her, ihr Kühe. Es kamen aber keine und so blieb er alleine. Es war einmal ein Fisch, der saß bei mir am Tisch. Richtig. Wie das Fische so machen, nicht? Und keuchte durch die Kiemen. Da riss ich mich am Riemen und warf ihn schnell ins Wasser. Jetzt geht es ihm wie der Passer. Manchmal muss man für einen Reim auch etwas machen. Es war einmal ein Dachs, der aß am liebsten Lachs. Doch gab es das fast nie. Da sprach er, irgendwie ist es ohne Lachs fast schöner. Jetzt aß er nur noch Döner. Es war einmal ein Fuchs, der machte keinen Mucks. Schön, ich meine, ist an sich für Kinder, aber macht nicht für mich auch etwas weissend. Er lag so still im Gras, dass sich ein dummer Has zum Ausruhen auf ihn setzte. Das war dann auch das Letzte. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Meine Damen und Herren, das war sie, die Preisverleihung 2014 aus dem Mainzer Unterhaus zum Deutschen Kleinkunstpreis. Ausgesechert heute wurden Franz Hohler. Das Duo ohne Rolls. Das Duo ohne Rolls. Kage Butzko. Und Knut Utschek. Klaus Ecken. Klaus Ecken. Klaus Ecken. Klaus Ecken. Klaus Ecken. Vielen Dank.